Seit über 40 Jahren in der Region verankert und in der Welt zu Hause. Mein Name ist Jörg Traum, Geschäftsführer von Emtron. Geht es Ihnen auch so, dass Sie bei der Auswahl von Stromversorgung Unterstützung benötigen? Mit meinem Team finden wir für Sie die beste Lösung, wenn es um die Auswahl der richtigen Stromversorgung geht. Seit 1981 sind wir Impulsgeber für unsere Kunden und deren Anwendung. Unsere Stromversorgungskomponenten wie Netzteile, Bandler und vieles mehr sind in den Zielmärkten der Medizintechnik, Industrie, Ausautomation, Luft- und Raumfahrt oder im Sicherheitsbereich wiederzufinden. In unserem täglichen Geschäft legen wir Wert auf eine langfristige, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir stehen Ihnen beim Design-In mit anwendungsspezifischer Beratung und technischer Kompetenz jederzeit zur Seite. Die persönliche Betreuung sowie optimale Beratung stehen für uns an erster Stelle. Trotz der großen Auswahl an Standardprodukten finden Entwickler oft kein passendes Gerät für ihre Applikation. Und genau da kommen wir mit unserem Konfigurationscenter ins Spiel. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir genau das passende Netzteil. Und bei ganz besonderen Herausforderungen hilft unser Entwicklungsteam mit einem extra produzierten Full-Custom, also einem absolut kundenspezifischen Netzteil weiter. Sicherheit, Vertrauen und Nachhaltigkeit sind für uns keine Lernversprechungen. Mit unserem Lager in der Region bieten wir unseren Kunden moderne Logistiklösungen und einen schnellen Versand in die Welt. Wir sind Emtron. Kompetenz, die elektrisiert. Eisz Beheldung.